Zeit! Ich krieg hier ab, Alter! Eine Ampel! Eine Ampel, ey! Krass! Nein! Ich krieg hier ab, Alter! Das sieht nach Regenräumen aus! Ah, guck mal, das ist Colombo-Fort! Colombo-Fort? Ja! Golf-Fort, ja! 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 Auf der Suche nach Loan-V-Services! Okay, scheiß auf Wäsche! Ja! Ja, Mann! erstmal zum laundry service und die wäsche abholen wie man hier sieht werden in sri lanka die markierungslinien sind eigentlich nur dekoration weil hier sowieso jeder fährt wie er möchte besonders die busfahrer die sind die schlimmsten die fahren echt wie die wollen die haben vorrang vor allen anderen hallo my friends were here today already i think this and this um yeah your friends are these are you and this is my friends okay thank you stotty Musik Wir sind da und es sieht hier ziemlich europäisch aus, also das ist kein vergleich zum rest von sri lanka Es gibt nichts geileres als mango. Und wenn es noch mango-eis ist, dann schockt es Schon ziemlich schön hier So sieht es immer aus. Die Mädels machen Fotoshootings und wir hocken hier und warten Also wer sich hier ein Beach Hotel kaufen will, muss ungefähr 810.000 Dollar hinlegen Okay, dann kaufen wir es kurz Alles okay Kollege, alles frisch, bisschen die Zunge raushängen lassen oder? Alles leer hier Schön, aber alles leer Hallo Germany Germany Diese Dinger sind fahrende Bäckereien Aber uns geht das Geräusch und uns auch auf die Nerven Das ist jetzt erstmal noch fett Sushi gegönnt André lernt jetzt noch Stäbchen essen Das erste Mal in meinem Leben, dass ich normale Sushi esse Zeig dein Arbeitsbuch Zeig dein Arbeitsbuch Zeig dein Arbeitsbuch